Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des König-Bube-Dame-Gast-Podcasts im Jahr 2019. Wir haben ja in der letzten Folge schon mit euch das Jahr 2018 zu Grabe getragen und hatten dabei unseren Spaß. Und das neue Jahr soll gleich frisch und frei weitergehen mit einem neuen Bachmann-Buch, nämlich der Fluch. Und dazu habe ich mir natürlich nicht nur meine übliche Crew eingeladen, nämlich den Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und den Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern ich habe auch diesmal zu verkünden, dass wir zwei ganz fantastische Gäste haben, nämlich den wunderbaren TJ. Hallo TJ. Guten Abend. Und natürlich auch unseren Beauftragten aus dem Ausland, den Travis. Hallo Travis. Hallo, der Token Ausländer bin ich. Okay, alles klar. Ja, ich dachte eher so an redaktionell, so das Auslandsjournal des König-Bube-Dame-Gast. Ich bin Botschafter. Genau, genau. Ganz kurze Frage. TJ, hast du, seit du das letzte Mal bei uns warst, irgendwelche neuen Projekte gestartet oder irgendwas, worüber du reden möchtest? Ähm, ja, ich habe Ende, also wir haben ja letzten Sommer zusammen gepodcastet und ich habe Ende letzten Jahres einen Podcast über das Laufen gestartet. Das ganze Ding heißt Drei Schweinehunde und wir senden im Schnitt einmal im Monat. Beziehungsweise der Plan ist eigentlich so alle drei Wochen. Und, ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört und uns Feedback gebt. Selbstverständlich werden wir euch das Ganze natürlich auch verlegen. Und dann stellt sich die Frage, Travis, du warst ja erst vor kurzem bei uns, du warst zu, äh, der Werwolf von Draco Mills bei uns. Hat sich denn bei dir was getan seitdem? Ich habe ein paar, ähm, weitere Americana-für-euch-Folgen aufgenommen und, ähm, hier und da so mitgemacht. So eine Adventskalender, äh, Folge von mir gibt's irgendwo, aber ich lass mal suchen. Na gut, äh, bevor wir uns jetzt weiter in unverstrickbare Angelegenheiten verheddern, würde ich sagen, fangen wir doch offiziell mit der Folge an. Wie gesagt, wir wollen über der Fruch von Richard Bachmann reden und, Flo, gib uns doch dafür mal die zeitliche Einordnung. Entschuldigung, darf ich kurz dazwischen springen? Natürlich. Bei mir stand drauf, dass es von Stephen King ist. Das war der eigentliche Grund, warum ich mich überhaupt für dieses Buch gemeldet habe. Ich wollte keinen Bachmann besprechen. Aber das kann der Flo bestimmt jetzt auch klären. Ja, ich glaube schon. Ja, aber dazu muss ich auch wieder eine Zeitreise machen. Nämlich ins Jahr 1984. Da war Kings Karriere gerade zehn Jahre alt und er war schon ein Superstar. Also die Bücher waren Bestseller und die Verfilmungen waren damals auch noch große Erfolge. Und er war halt auch Richard Bachmann. Das wusste aber damals noch kaum jemand, als Thinner, der Fluch, erschienen ist. Es gab hier zum ersten Mal so ein paar übersinnliche Elemente drin, die ja normal in Bachmann-Büchern nicht sind. Und King hat sich hier auch selbst Referenzen mit eingebaut. Aber so im Großen und Ganzen kam eigentlich noch niemand wirklich drauf, auch wenn schon manche Leute misstrauisch geworden sind. Dann aber auftritt Stephen Brown, ein Buchhändler. Der ist nämlich nicht nur misstrauisch geworden, der hat auch nachgeforscht. Er hat die Urheberrechtsunterlagen des Verlags durchstöbert und hat herausgefunden, dass in dem Bachmann-Buch Amok als Urheber Stephen King angegeben war. Das war scheinbar ein Fehler des Verlags NAL. Und die anderen Romane waren auf den Namen Bachmann eingetragen. Er hat also ein bisschen nachgeforscht und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen. Und am 9. Februar 1985 hat die Bangor Daily News dann die Schlagzeile veröffentlicht, fünf King-Romane durch ein Pseudonym zum Mysterium gemacht. Das hat dann dafür gesorgt, dass die Bachmann-Romane auf die Bestsellerlisten geschossen sind. Der Fluch, der vorher 28.000 Stück verkauft hatte, was schon recht ordentlich war, hat seine Auflage gleich mal verzehnfacht. Die auch noch King hat reagiert. Er hat bekannt gegeben, dass Richard Bachmann 1985 am Pseudonymkrebs verstorben ist. Stephen King hat gesagt, ein verrückter Mann. Ich bin froh, dass er tot ist. Das war so die Meinung zu Bachmann. Und ein Reviewer hat damals zu der Zeit geschrieben, Ob das so stimmt und ob uns auch gefällt, was Bachmann-King hier so fabriziert hat, das diskutieren wir heute, glaube ich, ganz ausgiebig. Und als erstes erzählt uns mal Jonas, worum es in der Fluch geht. In dem Fluch geht es vor allem um William Halleck. Der ist ein erfolgreicher Anwalt, allerdings passiert ihm irgendwann ein Missgeschick. Er überfährt nämlich eine ältere Romney, also eine Frau, die den Roma angehört. Während er sie überfährt, ist seine Frau gerade dabei, ihm einen runterzuholen. Das ist alles nicht so ganz schön. Ja, im Endeffekt nicht. Glück für ihn oder glücklich für ihn ist, dass die Polizei nicht sehr gut auf die Roma zu sprechen ist, die gerade in der Stadt weilen. Und der Richter ist auch ein guter Bekannter von ihm. Und ja, letzten Endes wird er freigesprochen. Er ist ja Anwalt, das gehört dazu irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Aber er hat sich ja noch nicht mal richtig bemüht darum, sondern das einfach nur, weil er die Leute kannte. Alle kannten ihn einfach, genau. Ja. Ja, anschließend, wenn dann er, der Polizeichef und der Richter, vom Vater des Opfers, Tado Schlemke, nennt er sich, verflucht. Der, oder sein Fluch besteht darin, dass er immer mehr abnimmt. Er kann das ein bisschen verlangsamen, indem er ganz viel isst, aber ja, letztendlich wird er vom übergewichtigen Menschen, ja, geht er Richtung Skelett. Ja, nachdem er immer mehr abmagert, macht er sich auf die Suche nach der Roma-Gruppe und mithilfe seines Freundes und Gangsters Ginelli bringt er Lemke davon, oder dazu, ihn von dem Fluch zu befreien und diesen Fluch in einen Kuchen zu bannen. Der Kuchen muss allerdings innerhalb von zwei Wochen von jemandem gegessen werden, auf den der Fluch dann übergeht. William will den Fluch an seine Frau weitergeben, weil er sagt sich, ja, eigentlich ist die ja schuld an dem ganzen Zeug und die geht mir irgendwie gerade sowieso auf die Nerven. Allerdings hat er nicht herausgesehen, dass seine Tochter ebenfalls von diesem Kuchen isst. Und da denkt er sich, ach ja, okay, ohne Tochter macht das Leben auch keinen Sinn mehr und isst dann selbst auch von dem Kuchen. Und das war so ziemlich der Inhalt. Ja, wir danken dir für diese Zusammenfassung. Man merkt schon, die eigentliche Grundstory in dem Buch ist verhältnismäßig dünn. Wie viel daraus gemacht werden konnte, das werden wir dann jetzt im Laufe der Folge brechen. Aber deshalb ganz kurz, bevor wir über die Charaktere reden, Wie war denn so euer erster Eindruck zu dem Buch? TJ? Ja, ich habe das Buch als Hörbuch gehört, der Stimme des Unvermeidlichen David Nathan, das Ganze sehr gut rüberbringt. Ja, sprachlich muss man sagen, also fand ich es insgesamt ganz gut. Die Story war ziemlich schnell, ziemlich obvious. Aber dafür, dass es jetzt quasi die zweite Geschichte von Stephen King ist, die ich gelesen habe, naja, ich habe anscheinend einen Hang dazu, mir die absurdesten Geschichten auszusuchen oder so. Okay. Hattest du auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Auf Deutsch. Okay. Travis, wie sieht es bei dir aus mit dem ersten Eindruck und welche Version hattest du? Ich habe es gelesen auf PDF und auf Deutsch, weil ich, und die ganze Zeit hatte ich so den Film im Kopf. Ich habe den Film vor Jahren geguckt, dann jetzt das Buch gelesen und dann kam mir das Ganze so, ah ja, stimmt, so ist das Plot oder so verhandelt die Geschichte. Und dann habe ich mir am Schluss nochmal den Film angeguckt, um zu sehen, wo die Unterschiede sind. Aber so, also das Buch selber fand ich, und ich habe es auf Deutsch gelesen, und ich, mir fielen immer so ein paar Sachen auf, einfach, weil ich mir überlegen würde so, oh, wenn er Don Rickles erwähnt oder Mr. Rogers oder so, dann frage ich mich, ob man das so kennt oder ob das jeder mein Begriff ist. Aber sonst so als Twin-King-Buch fand ich es gar nicht mal so irre. Einfach so die Idee, so okay, Fluch, so Roma-Fluch oder Zigeuner-Fluch, das ist so einfach so, natürlich schreibt King über sowas, so Vampire, Werwolfe, ja, erwähnt sogar Werwolfe im Buch, was ich lustig fand, weil bei der letzten Folge, wo ich dabei war, war das so über Werwolfe. Und das ist einfach so eines der Fundamente von so Horror-Stories oder einfach so Volksgeschichte so. Und ja, ich finde das, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte gewünscht, dass das Buch vielleicht dreimal so lang war und ein richtiges Stephen-King-Buch wäre. Und vielleicht liegt es daran, dass es ein Bachmann-Buch ist. Ich weiß gar nicht, wie anders die Stile sind. Da werden wir dann gleich drüber reden. Ja, aber ja, es war fast eine kurze Geschichte, lang geschrieben, also nicht so viele Ideen oder so dabei, sondern einfach, okay, ein Fluch. Und ja, aber ja, Stephen King sowieso gefällt mir. Also war eine Freude zu lesen. Okay. Ja, dünne Handlung, dünne Hauptfigur. Es passt schon zusammen. Ja. Ich kannte es von irgendwann mal, also ewig, als ich das gelesen habe, irgendwann in den 90ern vermutlich. Und ich hatte es nicht so besonders gut in Erinnerung. Mehr sage ich im Moment noch nicht dazu. Bei mir ist es auch der gegenteilige Effekt. Ich weiß sogar noch ziemlich genau, wann ich das gelesen habe. Das muss so, ja, irgendwann so 8.30 oder so gewesen sein. Denn ich weiß noch genau, dass wir an der Ostsee im Urlaub waren, wo ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte. Und ich glaube, dass ich das damals auch ganz okay fand. Aber ich hatte es dann im Nachgang, im Rückblick immer schlecht in Erinnerung und langweilig und doof. Gerade in Anbetracht der anderen Bachmann-Bücher. Und jetzt, wo ich es wieder gelesen habe, muss ich sagen, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Jonas, wie ging es dir? Ich war erst mal verwundert, weil es Übernatürliches gab, was man von Bachmann ja gar nicht gewohnt ist. Und ja, die Story war dünn, aber ich fand, sie war doch recht spannend erzählt. Auch wenn nicht viel Handlung war, es war angenehm zu lesen. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir doch über das Ganze mal im Detail. Du werfst du an, vielleicht? Mich würde interessieren, so eine kleine Frage, so wer hatte zuerst den Film gesehen? Weil ich glaube, das hat mich sehr beeinflusst, so wie ich das Ganze gelesen habe oder was ich so im Kopf hatte. Also ich weiß, ich habe den Film gesehen, aber ich glaube, ich habe das Buch erst mal gelesen. Das Buch zuerst, ja. Dann habe ich den Film vor vielleicht zehn Jahren mal den Film gesehen. Das heißt, der Film ist die neuere und die eindrücklichere Erinnerung. Okay. Aber es ist trotzdem schon ziemlich lange her bei mir. Und die anderen? Wer hat zuerst den Film gesehen? Ich kenne den Film gar nicht. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Weil der Film ist schrecklich. Ja. Es hat so 16 Prozent bei Rotten Tomatoes. Es ist wirklich eines der schlimmeren Filme der 90er Jahre. Und aber ich habe den gesehen als so, es ist so schlecht, dass es witzig ist. Also so, hey, guck, wir gucken uns mal so einen campy Stephen King Flick an. Und da müssen wir einfach drüber lachen, wie schlecht der ist irgendwie. So Protagonist ist ein Anwalt in Fatsuit. Also so, ja, einfach total kitschig. So kitschig. Und die Idee hatte ich eben, als ich so das Buch aufschlug sozusagen und so Kapitel 1 anfangen, war einfach so dieses super kitschige Film und einfach so die Freude drauf. So, oh, das ist so ein Klassiker-Werwolf- oder Vampir-Ding. So, ja, aber dann hat es mir auch gefallen, weil ich das erwartet habe. Aber ja, das hat mich sehr interessiert. So, wer hat sonst zuerst den Film geguckt? Weil ich glaube, ja, oh, der war einfach so schrecklich. Also es klingt nach einem Film, den Flo mögen würde. Nein, ich kenne den Film und ich merke, er ist schrecklich. Weil ich habe trotzdem das Buch vorher gelesen. Also wie bei dir, Dela, der Film ist schon ein bisschen her. Und zwar noch nicht 10 Jahre, vielleicht 5 Jahre oder so. Aber ich hatte auch keine Lust mehr, mir jetzt anzugucken für diesen Podcast. Nein, wir haben in letzter Zeit schon zu viel Elend über uns ergehen lassen. Die Special Effects bei der Torte, muss ich gesagt haben. Die Lustigerweise, das ist die einzige Szene aus dem Film, die ich noch voll in Erinnerung habe. Ja, eben. Ich kann mich daran erinnern von 1996. Also ich habe den Film gesehen, als es noch neu war. Da war ich in der Highschool. Und wirklich nur, ich wusste, dass es eine Torte gab, weil es einfach so kitschig war. So richtig so B-Film. So wie die Torte so vor sich her blubbert ein bisschen. Aber ich habe das echt auch als eklig in Erinnerung. Ja, genau. Also es war schlecht, aber es war echt eklig. Ja, die Special Effects waren okay. Also schon ekelerregend, aber einfach ein bisschen kitschig. Ich dachte, das war ein 80er-Film. Und dabei war der Film ein Jahr alt, als ich es gesehen habe. So 97, sage ich mal. Und das kommt einfach so wie ein kitschiges 80er-Film vor. Aber das musste ich gesagt haben, weil das hatte ich auf jeden Fall im Kopf, als ich dann nochmal das Buch liess. Dann kam mir das Ganze, dann kamen mir die Erinnerungen zurück. Und dann hatte ich das so ein bisschen empfunden, auf jeden Fall. Aber ja, ein bisschen geschmunzelt an der Stelle hier und da. Okay, dann würde ich sagen, reden wir doch erst mal über die Charaktere. Und da würde ich ganz gerne erst mal mit einem mehr oder weniger Nebencharakter anfangen, nämlich mit Heidi. Und da haben wir wieder das klassische King-Problem, King- und Frauenfiguren. Die ist nervig, die ist vollkommen austauschbar, die ist nur am Heulen und am Jammern. Sie ist nur dafür da, um in Anführungsstrichen den Protagonisten, auch wenn er halt auch irgendwo ein Anti-Held ist, das Leben schwer zu machen. Aber ansonsten ist die völlig blass, völlig egal und völlig dämlich. Wobei ich das in dem Buch gar nicht mal so falsch finde, weil es ja doch ziemlich aus Billys Sicht erzählt wird. Und er halt irgendwie die ganze Zeit dabei ist, sie so zu framen, dass sie schuld ist und dass er diese Frau überfahren hat. Und damit quasi an seinem ganzen Elend, was ihn durch dieses ganze Buch bringt. Ja, das stimmt. Ist das nicht interessant? Okay, erst zu Heidi, das stimmt schon, aber weil das Ganze aus seiner Sicht ist, ist es nicht interessant, dass man irgendwie man für ihn, er ist ja kein toller Typ, Billy ist nicht, ich würde mit dem nicht gerne ein Bier trinken. Also irgendwie ist ein bisschen gemein, ein bisschen fies und ja, also weil es eben aus seiner Sicht ist, das stimmt. Nee, also bei mir war genau das Gegenteil. Bei dem Buch Du hattest Mitgefühl, so. Nee, bei dem Buch habe ich wirklich den Effekt gehabt, wie soll ich sagen, gerade dadurch Heidi so geframed ist, hat man das, für mich, habe ich das wirklich so rausgelesen, er macht sie uns schlecht, er macht sie uns aktiv schlecht und die kann gar nicht so schlimm und nervig und scheiße sein, wie er es darstellt. Also ich hatte für sie schon fast mehr Sympathie, als man hätte eigentlich logisch mit ihr haben dürfen. Das denke ich auch, also weil ich denke, wenn man seine Wörter liest oder wie er so die Erinnerungen sagt irgendwie oder denkt, denkt man, ach, das ist kein toller Typ oder eben, also das ist ein bisschen gemein oder das geht zu weit oder, you know, also ich hatte nicht viel Mitleid mit Billy irgendwie, ein ganzes Buch über und deswegen, ja, also deswegen ist, ja, also man, es könnte ein bisschen Missvertrauen da sein, so vielleicht ist die Heidi nicht so schlimm. Also, ja. Weil Mitgefühl mit Billy hatte ich nicht. Genau, eben. Ja, wie empfinden das andere? Also Heidi ist für mich so ein wichtiger Charakter, dass ich über sie nicht mal Notizen habe. Fantastisch. Mehr sage ich dazu gar nicht. Einfach meckern der Ehefrau irgendwie, ja. Ja. Einseitig. Ist nur ein Handlungselement und keine handelnde Figur für mich. Jonas? Ich sehe es sehr ähnlich wie Flo. Sie, ja, sie wurde halt immer nur beschrieben als, ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sage, zu erbringen. Also, sie, es hätte nicht geschadet, wenn sie nicht aktiv in Aktion, oder Aktion getreten wäre, sondern nur über sie geredet würde. Würde. Das hätte den gleichen Effekt gehabt. Also sie war einfach sehr nichts sagend. Dann würde ich sagen, reden wir richtig über Billy. Und wie Travis, du ja gerade schon gesagt hast, ein Bier trinken möchte man mit diesem Typen nicht. Ich fand den unglaublich unangenehm, ich fand den unglaublich nervig, unglaublich schwänglich auch. Er gibt immer allen die Schuld an allem aus, sich selbst. und ich konnte mit dieser Figur ums Verrecken nichts anfangen. Mhm. Was meinen die anderen? Ist das, so wurde er geschrieben, glaube ich, also nicht sehr sympathisch einfach. Ja, allein schon, wie er am Anfang beschrieben wird als Workaholic und fett und irgendwie, er hat überhaupt keinen Bock auf seine Gesundheit zu achten und irgendwie eigentlich macht er ständig nur alle seine Mitarbeiter und Kollegen runter und diesen Mafioso, das war so das Beispiel vor diesem Mafioso-Fallsprung oder war das im Film irgendwie betonter? Aber da war so ein ganzer Fall, doch, da muss er, im Buch war er auch da wegen nachher. Genau, das wurde ja sein gut gegangen. Genau, und das ist auch so, also wie er ihn freispringt, also er ist kein moralischer Anwalt, der wirklich Gerechtigkeit will, sondern er will einfach Fälle gewinnen und wenn auch ein Killer freikommt, so, und das spielt dann auch wieder in der Handlung, also ja, ich glaube, das ist, so wurde er geschrieben, er ist einfach nicht im Part, man soll nicht so mit ihm, und das finde ich einfach interessant, weil er ist ja immer noch der Protagonist und so, ach dieser, you know, also soll man sich freuen, wenn er dann verflucht ist oder, ich finde die Idee dahinter, dass er nicht sympathisch ist, schon eigentlich so interessant. Naja gut, aber das haben wir halt bei Bachmann, bei Bachmann wie schon generell sehr oft. Okay, genau, A-Amok, Sprengstoff, in diesen Büchern, die ich auch nicht gemocht habe, da waren die Hauptfiguren, war jeweils so unsympathisch und, ach ich kann es gar nicht beschreiben, so nervig, war das ein Teil von seinem Experiment, also Kings Experiment? Ist möglich, ja. Interessant, ja, okay. Also ich denke, da reiht sich hier Billy ziemlich gut an diese Figuren. Ja, auf jeden Fall. Was mir hier allerdings noch aufgefallen ist, beziehungsweise, was ich euch noch fragen wollte, bei den anderen Büchern, ich meine, ich habe A-Amok relativ gerne gemacht, zum Beispiel. Ich habe mich zwei über das Buch aufgeregt, aber ich habe es doch ganz okay gefunden. Auch wenn der Hauptcharakter natürlich und ja, nehmen wir wieder Referenz auf die alte Folge, ein Arschloch ist. Aber da hat es mich nicht so gestört, dass mich das von dem Buch abgeschreckt hätte, sage ich mal. Und hier ist der Punkt, dass mir Billy so unangenehm ist, dass ich eigentlich das Buch schon nicht mehr lesen will, nur um ihm, ja, um ihn zu entgehen. Okay, also so schlimm war es bei mir jetzt nicht. Ich fand ihn zwar auch teilweise echt unangenehm und nervig, aber irgendwie dann doch noch hatte ich genug Mitgefühl mit ihm, um zumindest wissen zu wollen, wie er das Ganze jetzt will. Ich fand es eine gute Story und ich habe darüber wirklich nicht nachgedacht, während ich es gelesen habe. Oh, der ist unsympathisch oder oh, sondern einfach, oh, das ist eine coole Story, wie geht der nächste Paragraf weiter? Und so, ja, also jetzt denke ich zum ersten Mal wirklich drüber nach, so, oh yeah, das war eigentlich ein Asshole. ja, so ähnlich geht es mir da auch. War eine gute, also ja, ich habe es genossen zu lesen, also ja. Also ich verstehe den da schon ziemlich gut, mir ging es ja damals bei Sprengstoff genauso, dass der mir so auf den Sack ging, dass ich kein Lust hatte weiter zu... Ja, aber ganz so schlimm war es hier jetzt nicht für mich. Es ist ziemlich schlimm, aber ganz so schlimm dann doch nicht. Ja, ich sage mal so, mit dem Sprengstofftypen, hier konnte ich zumindest in Ansätzen Mitleid haben. Mit Billy kann ich das uns verrecken nicht, weil der Sprengstoffmann hat ja wenigstens versucht, eine Wandlung durchzumachen. Ja, gut, Mitleid habe ich mit Billy auch nicht, dazu ist er mir zu egal, aber der Sprengstofftyp, an dessen Namen ich mich auch nicht erinnere, also der ging mir so auf den Sack, dass ich halt auch gar keine Lust auf die Geschichte hatte, die zugegeben auch noch viel schlimmer war. Jonas, wie ging es dir denn? Also, Billy ist ein absoluter Unsympath, trotzdem, hatte ich Mitgefühl mit ihm und ich wollte, dass der Fluch von ihm weggeht. Ich frage mich nicht, wieso, ich habe auch gedacht, okay, hat er das jetzt vielleicht nicht doch verdient und darf ich eigentlich Mitgefühl haben? Also, irgendwie hat mich das sehr beschäftigt, ob ich denn Mitgefühl mit ihm haben sollte, aber ich hatte es nun mal und ich mochte ihn einfach überhaupt nicht. Trotzdem wollte ich, dass dieser Fluch weggeht. Also, es hat die Spader-Story behalten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Aha. Am Ende hat er ja, das war so eine Art Happy Ending, das ist ja alles gut ausgegangen, obwohl er gestorben ist irgendwie, oder soll man sich freuen, dass er selber die Torte isst? Ich meine, das ist einfach eine gute Story und ein gutes Ende für die Story, aber ob das jetzt wirklich, also ob das ein normales amerikanisches Happy Ending ist, weil eben dieser unsympathische Protagonist dann seine eigene Medizin ist, sozusagen. Ja, ich glaube, auf das Ende würde ich später in der Detailbesprechung richtig kommen. Okay. Bleiben wir erstmal bei den Charakteren. Ja, aber weil das so, das gehört ein bisschen zusammen, aber genau, ja, ja. Was mir noch, und da bin ich mir wieder nicht sicher, ob ich das überinterpretiere, aber was mir, ja, ich hab dich auch lieb für, nein, was mir diesen Charakter auch zutiefst eklig gemacht hat, ist einerseits dieses Framing mit seiner Frau Heidi, die eben ja ihn eigentlich bis zu dieser Aktion im Auto nicht mehr angefasst hat und gleichzeitig ist es aber eine dumme Schlampe und so weiter und so fort und blablub. Aber was mir ganz komisch aufgestoßen ist, ging das nur mir so oder hat der Typ eine echt komische Beziehung zu seiner Tochter? Hat er. Gut, also hab ich das nicht übertrieben gelesen. Es wird ja nicht so viel darüber geschrieben, aber ja, das ist ziemlich merkwürdig, ja. Aber interessanterweise seine Beziehung zu seiner Tochter hat ihm ja am ehesten noch so ganz leichte Sympathiepunkte gegeben. Nein, überhaupt nicht. Weil irgendwie hat zumindest Gefühle für sie im Gegensatz zum Rest seines Lebens. Ja, ich dachte, er war ein schlechter Vater, aber er hatte noch seine Tochter lieb irgendwie. Also, er war kein guter Typ, aber er wollte sie nicht umbringen. Zum Beispiel. Ja, er wollte sie nicht umbringen, da gebe ich dir recht. Kein großer Pluspunkt, aber... Nein, da gebe ich dir recht, aber das Schlimme ist, was es für mich schlimm macht, ist, dass ich den Eindruck habe, während ich dieses Buch lese, dass er sie nicht beschützen will, weil er sie beschützen will, weil er ihr Papa ist, sondern weil er sie beschützen will, weil er ein Auge auf sie geworfen hat. Und der Einzige, der ihr was antun darf, ist er selber. So lese ich das. Weil ich zitiere mal ganz kurz hier eine Stelle. Ja, Linda, Linda, seine 14-jährige Tochter, huschte gerade mit flatterndem Röckchen und schwippendem Pferdeschwanz, den sie heute Morgen mit einem sexy Samtband hochgebunden hatte, zur Haustür hinaus. Und später im Buch bewundert er dann in den kurzen Schurz ihre tollen Beine und so weiter. Für mich liest sich dieser ganze Typ so derartig ekelhaft, dass er, der guckt seiner Tochter beim Duschen durchs Schlüsseldorf zu. Als er sie beschreibt, jedes Mal ist das eklig. Das stimmt. Das stimmt. Ja. War mir nicht so ein heller Gedanke, aber genau. Und das war so offensichtlich, dass sogar ich das bemerkt habe. Ja. Das ist schön. Das ist schon mal beruhigend. Ein slimy Typ. Ja, ja. Schon ekliger Typ. Und deswegen ist mir auch diese ganze Sache, dass er der, dass er der Frau den Kuchen gibt, für mich ist das gar nicht mal so ein, die ist ja schuld daran und sie sollte dafür bestraft werden, denn so ein, ich glaube, so viel Rechts- und Unrechtsbewusstsein hat er gar nicht. sondern für mich ist das auch gleichzeitig ein, ich schaffe jetzt meine abgelegte alte Außenweg und mache mich dann an meine Tochter ran. Ekelhaft. Absolut ekelhaft der Typ. Ja, ganz so schlimm habe ich es nicht gelesen, weil ich bin mir nicht sicher, ob er sich selbst bewusst ist, wie er seine Tochter so sieht, sondern ob er einfach sie bei sich haben möchte, wie eine Art Besitz. Und dass da halt seine Frau dann im Weg ist. Aber wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass er diesen Gedanken aktiv hat, sondern nur, dass ich glaube, dass das mitschwingt, also auch unbewusst, seiner Seite unbewusst. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weil wir sehen ja seine Gedanken und die sind nicht schön, aber so wie weit das geht oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja, da ist was dran. Gut, Jonas, dann musst du mir ganz kurz helfen. Wie heißt der, ich sage mal, der Patriarch von der Roma-Familie? Tadosh Lemke. Wie standet ihr denn zu ihm? Bei ihm ist es ja ein bisschen zweifelhaft gewesen. Am Anfang wurde es ja so dargestellt, als wäre er der Mann der überfahrenen Frau und es kommt dann erst im Nachgang raus, dass er der Vater von ihr ist. Aber wie standet ihr zu ihm? Wie fandet ihr den? Auch eine Arschung. Ja. Aha. Ja, also, ich fand ihn auf jeden Fall nachvollziehbarer von seiner Handlungsweise her. Er ist halt einfach auch irgendwie, naja, er wird als wahrscheinlich deutlich über 100 beschrieben. Dann ist er Roma, ist also wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang verfolgt worden. Das Buch spielt irgendwann in den 80ern. Wenn du dir grob überschlägst, wenn er schon über 100 Jahre alt ist, dann, naja, er hat schon viel gesehen. Ja, und ist wahrscheinlich so schleimigen Typen wie Billy schon öfters begegnet. Ja. Nicht, dass es ihn zwingend sympathisch macht, aber, ja. Anders gefragt, was findet ihr an ihm unsympathisch? Ich finde den nicht unsympathisch. Mit dem würde ich problemlosen Bier trinken, mit dem würde ich mich verstehen. Ich suche gerade das richtige deutsche Wort. Ich glaube, er ist der Berechtigte, also, in dem Buch, jede Figur ist irgendwie vielleicht nicht ganz unschuldig oder einfach ist nicht wichtig, aber der Richter, alle, der Mafioso, Billy selber, alle sind eigentlich Bösewichte und der, der jetzt Leute verflucht, eins nach dem anderen und irgendwie, ja, somit eigentlich das böse Symbol ist, also, so, dass, dass Roma in der, also, in das öffentliche Auge in den 80er in Amerika zum Beispiel, aber heute immer noch, glaube ich, auf der ganzen Welt, aber einfach, so soll er sein, aber doch ist er der Berechtigte, wenn ich das, also, er ist berechtigt in seiner, in seiner Aktion, die Gerechtigkeit, die, legitimiert, ja, legitimiert, genau, also, weil, das Erste ist ja, das Ganze ist, Billy geht vor Gericht und wird unschuldig gesprochen, ihr Richter sagt, es gibt keinen Grund irgendwie, das hier weiter zu forschen und, ähm, der, der, der Roma, der wartet halt drauf und, ähm, der weiß schon, dass es nicht, dass er hier jetzt keine Justiz oder Gerechtigkeit finden wird, äh, in dem öffentlichen Gericht und deswegen, äh, muss er das Ganze selber machen und rächt sich auch, das ist ein sehr King, King-Thema, ähm, und deswegen, ja, so, he's justified, so, ähm, äh, deswegen ist es so, also, dem kann man sympathisch sein, obwohl viele Leser von King, also viele Amerikaner, ich glaube, Deutsche, also Tschechen kann ich auf jeden Fall sagen, viele Tschechen, die sowas lesen, ähm, haben einfach so, äh, 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 Vorurteile, äh, gegen das Roma-Volk, so, ähm, und, und wahrscheinlich viele... Er muss halt schon der Definition böse sein, obwohl er in der Geschichte ja eigentlich schon böse ist. Viele falsche, das Ganze, weil, wie sie in Wohnwagen umherziehen und Karnival machen, vor allem in den Vereinigten Staaten, ist das Fakt, das ist real, aber, aber auch andererseits einfach, wie die, ah, das ist so, selbst von King aus, sind so viele Vorurteile dabei, ähm, 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 ich glaube, die sagen, im Buch sagen die auch immer, Gypsy oder Zigeuner, also nicht, nicht sehr, nicht politisch korrekte Begriffe, und doch ist eben, ähm, ja, der ist eben der, der Justified, der hat Recht eigentlich, mit dem kann man sympathisch sein, ähm, ja, und das Ganze, das macht das Ganze, äh, interessant, so, ja. Ja. Na, ging mir halt, wie gesagt, auch so, ich habe an ihm nichts gefunden, was ich unsympathisch finde. Äh, er reagiert sicherlich, ich, ich kann nicht mal mit Fug und Recht behaupten, er reagiert. über, weil, gerade wenn man überlegt, dass das jetzt mit der Tochter nur der Tropfen auf dem heißen Stein war, und sicherlich nicht der einzige Verlust, den er durch diese ganzen Verfolgungen, und so weiter, und so fort, ähm, erleiden musste, da kannst du nicht mal sagen, er hat überreagiert. Und ansonsten ist er ja nicht unsympathisch, finde ich. Ähm, ähm, ich gebe dir halbrecht, ich habe nichts an ihm gefunden, das ihn unsympathisch macht, so im Großen und Ganzen, ich habe aber auch nichts an ihm gefunden, das ihn sympathisch macht. Ja, aber das ist dann auch schon wiederum ein Doppelstandort, weil, wir erwarten auch von normalen Leuten nicht, dass sie sympathisch sind. Hm? Na gut, ja, stimmt. Nee, aber das ist, das ist wichtig zu betonen, oder zu sagen, glaube ich, weil seine Art, alles über ihn, alles um ihn rum, ist eklig, ähm, das Ganze, man kann sich vorstellen, er stinkt ein bisschen und ist nicht ganz daub, keine Ahnung, und doch ist er eben der, ähm, das Recht, also er ist der, der wirklich, ähm, Gerechtigkeit selber in die Hand nimmt. Dass gut oder schlecht ist, das ist ein anderes Thema, aber, ähm, ich glaube, das ist, das war so ein bisschen Sinn der Sache von King, so, guck den mal an, aber doch, also mit dem, mit dem soll man eigentlich, äh, einverstanden sein, so. Ja, auch gerade, wie er beschrieben wird, mit der, der zerfaulenden Nase und sowas, das ist ja äußerlich auch schon mal ein bisschen abstoßender gemacht. Womit wir hier wieder das Quark Mind in der Quark Body haben, aber. Genau. Also, ich fand, es schwang so ein bisschen mit, und es wurde einmal auch, also, es gab eine Szene, wo Billy mit einem anderen Mann in der Bar redet, der auch von diesem, äh, äh, ähm, ähm, ja, mit ihm zu tun hatte, und da, ja, Alter. Genau, und man hat, also, irgendwie hat ich den Eindruck bekommen, dass, äh, Lemke gerne Leute verflucht, und das quasi, ja, auch bei weit weniger Stimmendingen als, äh, einer überfahrenen Tochter. Also, irgendwie, dieses, äh, Selbstjustiz-Ding, und, ja, also, ich, ich fand's jetzt nicht, aus irgendeinem Grund nicht schön, andererseits fand ich Genelli dann mit seiner Selbstjustiz-Sache echt cool. Äh, da will ich ganz kurz so einhaken, denn das ist, glaube ich, da der Kernpunkt an dem Charakter. Wir erwarten ja von Menschen, die in irgendeiner Form einer, ich sag mal, sozialen Randgruppe angehören, und das ist leider so in der Welt, kann man schönreden oder nicht, äh, ich seh das zum Beispiel aus einem anderen Aspekt. Ich hab jetzt ne Behinderung, und ich bin immer damit aufgewachsen, du hast jetzt gefälligst, ein Vorbild zu sein, du hast jetzt gefälligst, besser zu sein als der Rest. Weil wenn du nur bist, wie die ganzen Arschmaden, die zu 90% auf der Welt rumlaufen, dann bist du noch mehr das Arschloch als die. Weil du eben viel mehr nicht durchs Raster fällst, und viel mehr wahrgenommen wirst. Und ich glaube, denselben Standort legt man eben auch an, den Tadeus dran, denn auch er könnte genau dieselbe Arschmade sein, wie alle anderen, und das ist er in dem Buch. Er macht sich eben nicht die Mühe, jetzt der besonders gerechte, besonders moralische Typ zu sein, sondern den kackt jemand ans Auto, und er schlägt ihn zusammen. Genauso wie es ein Bill auch machen würde. Nur hat er halt andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben durch diese Verflucherei, und diesen Blödsinn. Aber im Endeffekt nutzt ja Billy genau die selben Methoden, indem er eben seine reichen Richterfreunde nutzt. Aber bei Tadeus fällt es uns auf, und wird es uns deutlich ins Gesicht gehauen, weil man von ihm gefälligst erwartet, du bist ja nur, ich sag mal, nur Gast, oder wie auch immer, und du hast dich hier gefälligst besser zu benehmen als wir. Ja, da gebe ich dir recht. Das mag sein, dass meine Wahrnehmung da einfach, ja, oder dass ich an ihre andere Erwartungen stelle. Aber, ja, ich kann mich nicht mehr sagen. Na gut, habt ihr noch Genele, den Maffermann, über den wir gerne noch reden wollten. Und da hast du ja gerade schon gesagt, Jonas, seine Aktion fandest du eigentlich ziemlich cool. Und da muss ich dir voll zustimmen. Und das ist, glaube ich, für mich wieder der Punkt. Genele darf sich halt nehmen wie ein Arschloch, weil von dem wird es halt erwartet, dass er sich mit dem Arschloch einen Arschloch. Aber er ist unglaublich angenehm wahnsinnig, er erinnert mich auch wieder ein bisschen an Fleck. Natürlich nicht in dem Maße, wie es sein sollte, aber er ist lustig. Und was ich finde, er ist wahnsinnig loyal. Und das schätze ich sehr an ihn. Er ist für mich die coolste Figur in dem Buch. Ganz klar. Und außerdem ist er auch der Sympathischste irgendwie allein mit seinem Umgang, wie er mit Billy umgeht, dass er ihn, auch Billy stellt das irgendwo mal fest, so von wegen, er ist der Einzige, der ihn William nennt. Und allein dieses, ja, er macht genau das, was du gerade eben beschrieben hast. ist, er ist halt eigentlich der Typ, von dem alle erwarten, dass er doof ist. Und er dreht es genau um. Er ist über höflich, er ist mega freundlich, er ist sehr loyal, er hilft Billy, obwohl der sich quasi selbst in die Scheiße geritten hat und hilft ihm da irgendwie wieder raus. Und alles, was ihm einstellt, ist halt abgefahren. Aber ja, es ist halt so. Von ihm erfährt er auch, dass über den Fluch, so über, es ist, ähm, Ginelli, oder wie der heißt, frägt ja seine Mutter oder so, so. Ich glaube, Billy frägt ihn so, bist du abergläubisch oder irgend so, so glaubst du an, an so Roma-Flüche oder so. Und dann bekommt er auch Informationen von Ginelli. Also das ist ja wirklich so ein Punkt im Buch, was das Ganze vorantreibt ein bisschen. Und ja, also genau, es ist, er ist eben dieser, dieser, diese Figur. Ja, und er ist halt auch der typische New Yorker, Italo-Amerikaner. Ja. Also da ist er dann wieder voll Klischee. Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil im Film einfach, das ist, oh, wie hieß der, weil den kennt man, den, äh, Joe, Joe, äh, Mantegner, oder so. Der war auf jeden Fall so 80er, 90er-Filme. Ich weiß jetzt heutzutage nicht mehr, ich glaube 90er und das ist halt so, dass der drin ist, ist, glaube ich, er ist die bekannteste, oder der bekannteste Schauspieler im ganzen Film, so, der Mafioso, also, ja, selbst im Film kommt das Ganze aber auch ein bisschen rüber. Er trägt die Jäder-Lederjacke und ist cool und ist immer in der Bar mit seiner Mutter und ja. Genau, den kennt man tatsächlich, er hat sehr viel mitgemacht und seit 2007 eine Hauptrolle in Criminal Minds. Okay, habt ihr denn erstmal noch andere Charaktere, über die ihr reden wollt? Viel mehr haben wir ja eigentlich nicht in dem Buch. Nee, keine anderen, aber noch eine Anmerkung, weil ich habe jetzt nochmal überlegt, warum Tado Schlemke mir so böse erscheint und ich glaube, es liegt daran, dass er einfach so wenig direkt vorkommt. Er wird nicht genug beschrieben, um eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Er ist die böse Eminenz. Genau, weil Genelli ist absolut böse, das kann man nicht anders sagen, er wird so beschrieben, aber er wird halt auch als eigener Charakter ausführlicher beschrieben und deswegen hat man vielleicht einfach eine persönliche Bindung und deswegen sagt man, okay, er ist halt der sympathische Psychopath von nebenan. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, das ist doch genau der Punkt. Wir haben von Taddeus, wir sehen Taddeus nur, wie er aggressiv mit anderen interagiert und wir sehen ja nie oder ganz wenig nur seine Verhältnisse zum Beispiel innerhalb seiner Truppe. Man sieht dann so ein bisschen, wie er seine Urenkelin oder was sie ist, wegen der er ja dann letzten Endes auch einknickt, sage ich mal, aber er hat zu wenig Gelegenheit, um menschlich zu wirken oder wo man unsere ihm die menschlichen Seiten ansieht. Und Ginelli lebt, glaube ich, wirklich in seinem Sympathiewert davon, dass er eben zu Billy so loyal sein kann und so weiter. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, reden wir doch mal über den Inhalt. Und da würde ich zuerst mal wirklich damit anfangen, das mit Bachmann zu vergleichen. Denn es ist ein Bachmann-Buch, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und da muss ich sagen, erstens für mich ist es außer Sprengstoff das schwächste Bachmann-Buch. Weil das plätschert so rum, da passiert nicht viel. Und ja, und es ist für meine Verhältnisse, für Bachmann nicht mal böse genug. Wie ging es euch? Also, ich mochte ja Sprengstoff auch gar nicht. Das war ja für mich das Schlimmste, das wir bis jetzt gemacht haben. Ich war kein Fan von Amok. Die anderen beiden, Menschenjagd und na, ja, Todesmarsch. Todesmarsch, genau. Menschenjagd und Todesmarsch, die fand ich ja ziemlich gut. Das waren die, die so ein paar Science-Fiction-Elemente drin hatten, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, hier ein bisschen Übersinniges drin, vielleicht gefällt mir das auch ganz gut. Aber es ist für einen Stephen King schlecht, es ist auch für einen Bachmann schlecht, da macht auch das Übersinnliche nichts besser. Jetzt, ja, es fehlt ein bisschen so das richtig Bösartige, das die anderen Bachmann-Bücher ausgemacht hat. Es sind natürlich da, wir haben, wie schon gesagt, keine sympathische Hauptfigur, so gar keine. Aber im Vergleich zu den anderen, hm. Ich fand halt vor allem, es ist auch zu wenig menschenfeindlich für ein Bachmann-Buch. Ja, es ist, ist für einen Bachmann, es fehlt was. Ja, es kommt nur die übliche Menschenfeindlichkeit, die in der gesamten Gesellschaft drinsteckt, vor und nicht mehr. Mhm, genau. Travis, wie sieht's bei dir aus mit Bachmann-Aufbauen? Ich kann's eben, bin am Grübeln, aber ich kann's nicht wirklich gut vergleichen. So, also so meine Eindrücke sind, keiner ist gut. Alle sind irgendwie negativ dargestellt, selbst die, die Hauptprotagonisten. Aber wie das jetzt mit den anderen, also ob das alle gemeinsam haben oder so, ähm, da, da kann ich nicht viel dazu sagen. Okay. Ja. Ja, was ich hier halt noch ganz hübsch fand, für mich war das kein Horrorroman. Diese ganze Sache mit dem Fluch, das war so plappativ drüber gestülpt, aber hatte für mich jetzt echt relativ wenig Relevanz. Das hätte auch einfach nur, er hat ihn mit irgendeiner lustigen Krankheit infiziert und es wäre genauso gelaufen. Äh, diese ganze Horrorelement Sache, die hat mir hier echt nix gebracht. Also die hätte er auch weglassen können. Aber was ich hier ganz interessant fand, und das ist wahrscheinlich im Hinblick auf Bachmann auch wieder ganz interessant, die soziologische Dimension von dem Buch, die fand ich als Idee ganz nett, aber die bleibt halt auch zu platt, schlicht und ergreifend. War das Ganze ein Experiment? Weil ein schlechter, ein schlechter Protagonist stirbt. Und, warum würde man das lesen? Wo ist der? Wie macht man das Ganze interessant? Und ich glaube, dieser Gedanke muss King im Kopf gehabt haben. Also so, so ein Experiment ist auf jeden Fall drin. Deswegen wahrscheinlich die ganze Idee von Bachmann. Also, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber auf jeden Fall riskanter, würde ich sagen, als ein normales Stil. Nee, da gebe ich dir nicht recht. Nicht unbedingt, dass es die Lungen ist. Ja, innerhalb von King auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Aber innerhalb gerade eben der anderen Bachmann-Bücher ist das einfach zu egal. Weil da ist nichts Neues drin. Ich glaube, der große Unterschied ist, die anderen Bachmann-Bücher waren alte Romane, die er neu überarbeitet hat. Und ich habe jetzt nichts gefunden, dass hier scheint er tatsächlich neu geschrieben zu haben. Vielleicht... Du meinst, da war er ja schon zu alt und hatte sich die Hasskanten abgeschliffen. Oder er war zu high. Eins von beiden. Ja. Jonas, du hast dich ja mit uns durch die anderen Bachmann-Bücher auch durchgequält. Wie fandest du es denn? Anders. Vor allem. Es ließ sich gut lesen. Das hatte ich bei anderen, zum Beispiel bei Todesmarsch, das fand ich irgendwie vom Lesefluss her nicht so schön. Aber es hat mir trotzdem gefallen, aber ich finde jetzt nichts, wo man daran festmachen kann, okay, das ist jetzt ein Bachmann und kein King. Ja, dann würde ich sagen, reden wir doch mal ganz kurz über die soziologische Sache. Denn es fällt hier in dem Buch der schöne Satz, denn wenn man niemanden hat, den man ab und zu aus der Stadt verjagen kann, wie soll man dann wissen, dass man selbst dorthin gehört? Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Weil in all diesen Büchern, die King oder auch Bachmann mit so einer Dimension schreibt, dann hast du eben immer genau diesen Kontrast zwischen wir und die anderen. Aber ich glaube, so deutlich und so politisch ausformuliert wird es sonst nirgends. In späteren Werken wird er, glaube ich, weiter deutlicher und politischer sogar noch. Aber für so ein frühes Werk gebe ich dir da recht, ja. Und was ich hier halt auch schön fand, es geht nicht mehr um diese eine Straftat, sondern es geht in dem Buch im Prinzip um das generelle Unrecht, finde ich. Also wir haben hier eben nicht nur, dass Billy verflucht wird, sondern es erwischt ja auch eben die beiden Typen, die ihn gedeckt haben. Es erwischt ja auch den Richter, es erwischt den Polizisten, der ihn gedeckt hat und so weiter. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Ich mag normalerweise so Selbstjustiz-Geschichten. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier wirklich als Selbstjustiz so bezeichnen würde. Dazu ist irgendwie, ich weiß, dazu fehlt mir irgendwie so noch der Kniff dran. Ja, es ist auch nicht wirklich eine Rache-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wahrscheinlich eins der großen Fehler dieser Geschichte, ich kann sie nicht fassen. Es ist klar, er wollte, ich glaube, er wollte mit diesem Buch wieder mal eine Botschaft senden und hat darüber das Buch vergessen. Genau, die Geschichte ist so schwammig wie Billy selbst. Genau, die Idee hinter dem Buch ist größer als das Schrift, also, was er geschrieben hat. Wie ordnet ihr denn diese ganze sexuelle Komponente ein, die hier mitschwingt? Weil das habe ich auch nicht verstanden, was da misst soll. Das stimmt, ja. War das bloß so ein Mittel, um zu zeigen, dass Billy ein bisschen so die Gedanken über die junge Roma in, das ist Roma, und, ja, also wie du sagst, jetzt über seine Tochter und das Ganze, war das bloß, um ein bisschen so die Persönlichkeit von Billy zu zeigen, oder? Glaube ich nicht, glaube ich deshalb nicht, weil der am Ende des Buches, wo dann dieser Kuchen geschaffen wird, ja auch diese, diese Gebärmutter-Symbolik und dieser ganze Quatsch und ich habe das alles nicht verstanden, was das soll, aber das wird auch bei der, also bei der Ursächlichkeit des Fluchers so ein bisschen mit reingebracht. Also kann es sich nicht nur auf Billy begrenzen. Ich glaube, ich glaube einfach, er wollte neben der Gewalt, die ja jetzt auch nicht so ausgeprägt ist, noch eine Sex-Komponente reinbringen, weil Sex und Gewalt verkaufen sich. Ich glaube, der hat wirklich nicht viel nachgedacht dabei. Aber das war ja auch das Catalyst, also das Ganze, der, warum hat er die Roma überfahren? Weil seine Frau was gemacht hat, also weil es ja auch so ein sexueller Akt war. Ohne dem wäre ja gar nichts passiert und er gibt der Frau auch deswegen die Schuld, obwohl, ich meine, er hat sich ja nicht, er hat ja nicht gemeckert oder so zur Zeit. Aber ja, das stimmt eigentlich. Das ist nicht Nebensache. Da hast du recht. Da hast du, also ohne, ohne diese sexuelle Akten oder Gedanken oder das Ganze, wäre gar nichts passiert. Er hätte vermutlich die Frau früher gesehen und wäre gebremst und alles wäre okay und Story vorbei. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, diese ganze Komponente, ich glaube wirklich, Flo, du hast da recht, das ist nur drin, weil ich es verkaufe. Ich kann es wirklich nur einschätzen, ich habe keine Ahnung. Das wäre eine Frage für King. Mir ist aber gerade noch eine Verbindung aufgefallen zu den anderen Bachmann-Büchern. Wir hatten da öfter dieses Element ein Rennen gegen die Zeit bei Menschenjagd, bei Todesmarsch und das haben wir in gewisser Weise hier auch. Es ist zwar ein Rennen gegen die Kilos, aber... Da wollte ich euch sowieso fragen, habt ihr diese bildliche Beschreibung der Gewichtsabnahme, habt ihr davon so eine richtige Vorstellung gekriegt? Denn das hat bei mir vollkommen versagt. Bei mir auch, ja. Ich dachte, bei manchen Gewichtsangaben, also so schlimm wenig ist es ja jetzt noch nicht wirklich. Und dann wird er so als richtig schon, ja, zerfallen dargestellt. Es war immer noch im Pfund, oder? Ja. Aber ich glaube, ich habe das Deutsche... Und das stimmt schon, also die Kapitelnamen war ja praktisch ein Countdown. So, you know, Kapitel 2, äh, 2,80 oder so. Aber ich dachte immer, Moment mal, das ist ja... Das ist... Also, so, wenn es am Schluss ist, wenn ich das nicht immer im Kopf hätte, das ist im Pfund. Das heißt, er wiegt nur... Er wiegt nur... Er wiegt am Anfang 100 Kilo. Ja, 110 Kilo, genau. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm übergewichtig, wie er dargestellt wird. Aber am Schluss eben, dann kommt es schon runter, glaube ich, auf... Für jemand, der 250 Pfund ist, wenn er dann 130 wiegt, das ist dann schon schlimm. Ähm, also ich wiege 130. Also das wäre jetzt eigentlich gar nichts. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, ob er unter 100 wäre, aber 130 sind 65 Kilo oder so. Aber irgendwie einfach diese Nummer, das ist immer doppelt so groß, ist mein Punkt. So, dass man sich das irgendwie falsch vorstellt vielleicht. Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, aber das wird auch nicht so wirklich beschrieben, dass wirklich die Haut runterhängt, weil Füllmasse fehlt. Aber er beschreibt ja in diesem Buch, dass die Leute ganz entsetzt von seinem Aussehen sind und das kann ich mir irgendwie... Also dazu fehlt irgendwie die richtige Beschreibung. Ach, das kommt ziemlich nicht so rüber. Und bei mir kommt noch dazu, dass ich mir das sowieso immer alles komisch vorstelle, weil für mich seid ihr ja alle schon groß und fett. Äh, no offense. Aber ich meine, ich habe 21 Kilo und ja, was willst du von mir? Naja, also für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt. Er wiegt am Anfang deutlich über 100 Kilo und am Ende nicht mal mehr 50. also er verliert halt schon irgendwie die Hälfte seines Gewichts und genau das, was ihr gerade beschrieben habt, ihm fehlt halt einfach die Füllmasse und daher kommt halt dieses hagere Wirken. Also er hatte wahrscheinlich vorher eher so ein fettes, aufgedunsenes Gesicht und dann hast du halt diese viele Haut und plötzlich nichts mehr an Fettmasse drunter. Dann hängen dir halt irgendwie die Hautlappen so runter. Und das kann schon eklig aussehen. Ja, vor allem auch innerhalb so kurzer Zeit, diese, er nimmt ja unheimlich schnell ab. Genau das. Ja, aber trotzdem, gerade für, für diese Beschreibung, also das fehlt mir in dem Buch. Es wird immer wieder drauf eingegangen, oh Gott, der sieht so schlecht aus. Aber wie? Ähm, ja, da sind ein paar Dinge dabei. Also, also ich muss, ich muss sagen, persönlich, ich hatte immer einfach das Bild vom Film. Selbst beim Lesen hatte ich, obwohl ich den Film nicht 15 Jahre geguckt habe, das war im Film so lächerlich. Überhaupt nicht creepy oder beängstlichen, sondern einfach irgendwie nur kitschig, als würde jemand für Halloween in eine Zombie-Maske tragen oder so. Einfach ein bisschen dumm und dann auch nur ganz am Schluss, ähm, er ging einfach von Fat Suit zu, zu, ohne nichts, ohne Make-up und dann kamen alle so, hey, siehst gut aus und dann irgendwie, aber das war sehr kitschig gemacht und die andere, ähm, äh, also die andere Figuren auch, die verflucht wurden. Aber, ähm, da ist was ganz Interessantes dabei, was vielleicht gar nicht so drinsteht und zwar Stephen King war ja sehr übergewichtig und hat dann eine Menge Gewicht verloren und da, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, so Mitte 80er, war das vor, nachher, während, uh, also, war das so ein, ein, ein Daydream, also so eine Fantasie, so, ah, ich wünschte einfach eine, eine Roma würde mich verfluchen und, ähm, oder, oder war das danach und es war irgendwie so ein Albtraum, ich, ich frage mich einfach, was, ähm, ich weiß, ja, da hätte ich ein bisschen mehr forschen können, aber ich weiß, dass, dass Stephen King einmal sehr übergewichtig war und, ähm, da kommt bestimmt was hinzu irgendwie, also. Flur, weißt du da irgendwas drüber? Naja, ich würde sagen, sein Fluch war Koks, aber, nein, hat er so abgenommen oder war er danach nochmal, weil so genau weiß ich das nicht, wann, wann, was, ich glaube, er war als sehr junger Mann, vielleicht übergewichtig, dann die Drogenprobleme und jetzt schaut er halt aus, wie er aussieht, ähm, also wir sind im Buch jetzt oder in der Phase, wo er schon echt am Abkacken ist. Genau, ich denke, dass er danach, also dann aufgehört hat zu trinken und zu koksen und so weiter auch, ähm, gesünder geliefert hat. Dann nahm er vielleicht erstmal zu, das passiert oft, das so, weil, weil Kokain macht ja dünn, das ist ein tolles Abnehmen-Dings, Diät, ähm, aber danach hat es eben das gegenteilige Effekt, ähm, das ist ein Problem von vielen Amerikanern eigentlich, der Jugend Drogenprobleme hatten, ja. Du hast gerade schon angesprochen, die anderen beiden Flüge, äh, von dem Polizisten und von dem Richter, und da muss ich sagen, die fand ich wesentlich besser beschrieben. Äh, die konnte ich mir bildhafter vorstellen, und da hatte ich auch mehr Gefühl dafür, als für die Gewichtsabnahme. Das hängt aber auch für dich damit zusammen, dass das Ganze, äh, nicht so viel Platz einnimmt. Ähm, ja. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, ähm, den Zerfall dieser Figuren, das konnte ich mir eher vorstellen. Die andere Flüge so komisch, so war, also da könnte man von der Ferne sehen, so, oh, das ist ein Fluch irgendwie, oder, ich meine, der eine geht zum Krebsinstitut, oder keine Ahnung, aber so, die würden doch sagen, nee, du wirst zur Eidechse, das ist nicht normal, oder, äh, was hat der da andere? Irgendwas mit, ja. Da würde ich, da würde ich ganz kurz einhaken, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja. Denn die Flüge sind, glaube ich, in der Symbolik begründet, dass die so sind, wie sie sind. Ja. Da, da hast du hundertprozentig recht, aber die sind so offensichtlich der Öffentlichkeit, so, wow, also die sehen ja richtig wie Monster aus. Und, und in einer kürzeren Zeit, das war ja auch so ein Ding, so, Billy hat irgendwie mehr Zeit, ähm, was dagegen zu tun. Ähm, yeah, ich weiß nicht. Ähm, ja, war alles, hat gepasst, so, aber, ähm, war sehr unterschiedlich einfach. Also da würde ich wirklich ganz kurz reinhaken in die, in die Symbolik, denn wir haben ja, wie gesagt, den Polizisten, der eben, ähm, quasi das Ganze gar nicht erst versucht großartig, sondern einfach direkt weiter winkt und so weiter. Er bekommt eben eine, ja, eine ganz bösartige Form von Akne oder von, von Pickeln und, und bösartigen Hauterkrankungen und Geschwüren und Gedöns. Und da würde ich jetzt wieder diese, diese Symbolik reinlesen, der Oberflächlichkeit. Das heißt, ein Mensch, der ja sonst, also der selber erstens nicht genau hinguckt und sich eben auf Oberflächlichkeit verlässt, damit er seine Arbeit so beschissen machen kann, wie er sie macht, aber gleichzeitig ein Mensch, der ja oberflächlich gesehen ein erst mal relativ attraktiver Mensch ist und so weiter und so fort und dem eben gleichzeitig, äh, diese Oberflächlichkeit genommen wird, in dem er eben auf den ersten Blick so abstoßend beschrieben wird mit seinen Geschwüren im Gesicht und so weiter. Und, ähm, die zweite Figur, die noch einen Fluch abkriegt, ist natürlich der Richter, denn der bekommt eine Art schuppigen Ausschlag. Und hier haben wir dann natürlich wirklich diese ganze Assoziation zwischen Schlangen, Schuppen und Falschheit, Falschzeugnis ablegen und so weiter und so fort. Äh, also da glaube ich wirklich, das ist wirklich nur in der Symbolik begründet, dass diese Flüche so sind, wie sie sind. Mhm, da gebe ich dir eigentlich recht, ja. Ja, bloß, dass er mehr Zeit hatte. Vielleicht hätten die anderen beide es langsamer wirken lassen können oder keine Ahnung, weil sofort, so, so, ich meine, natürlich hast du recht, aber so, sobald sie die, die Tür betreten, gucken, starren alle, wobei beim Billy ist es, ja, am Schluss auch, aber, aber, aber er so hat, so wochenlang hat er Zeit, wo alle sagen, hey, welche, welche, auf welche Diät bist du oder was machst du? Und, ähm, ja, 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 aber natürlich, ja, ja, ja. Aber ich, ich glaube auch das, Travis, ich glaube auch das, dass Billy mehr Zeit hat, ist, glaube ich, auch wieder in der Symbolik begründet, denn für den, ähm, Thaddeus geht es ja so darum, er hat ja seine ganzen 100 Lebensjahre ständig unter Echtung leben müssen. Und er hat, äh, die, über diese ganze Zeit immer mehr Dreck und Verachtung angesammelt. Und ich glaube, genau das will er spiegeln. Deswegen hat er bei Billy eben, gibt er Billy so viel Zeit, wahnsinnig zu werben und darunter zu leiden. Er ist ja auch am meisten schuld. Ja, 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 nee, er ist ja auch am meisten schuld. Also, er hat ja die Tat begangen. Ja, genau. Darum kann das passen, ja. Aber ich meine, sonst würde die Geschichte nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Ja, 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 also, es muss schon so sein. Aber, ja. Was ich noch ganz hübsch fand in dieser Geschichte, war einerseits diese zunehmende Paranoia zwischen Bill und seiner Frau Heidi. Die hatte ich, finde ich, hat man besser gespürt, als diese ganze Abnehm-Geschichte. Ging euch das auch so? Ich dachte, dass er immer mehr ihr die Schuld zuschiebt. Einerseits das, einerseits das mit der Schuld, aber andererseits eben auch, weil sie ja dann ihm so mehr oder weniger sagt, du bist doch verrückt und hör auf, das Zweite zu verfolgen und so weiter. Und sie will ihn ja auch entmündigen lassen oder zumindest stellt er es so dar. Aber das stimmt. Umso dünner er wird, umso mehr Misstrauen ist da und umso mehr schiebt er die Schuld zu. Ja, Paranoia, das stimmt. Ja, ja. Also, weil am Anfang eben wollte sie ihm helfen oder die waren immer zusammen in dem Ding und schließlich gegeneinander. Ja. Oder eher gegen sie. Ja. Ja. Und auch allgemein diese Entfremdung zur normalen Gesellschaft. Wie gesagt, ich habe die nicht verstanden aufgrund dieser, dass ich nicht verstanden habe, wie dieser Verlauf dieser Gewichtskurve so sein soll. Die hat sich halt für mich nicht so richtig erschlossen. Aber die Entfremdung zur Gesellschaft, die fand ich schon wieder ganz hübsch dargestellt. DJ, wie ging dir das denn? Also, ich habe halt immer mal wieder mir quasi die Pfundwerte in Kilo umgerechnet, um rauszufinden, wie es ihm jetzt quasi gehen könnte. Ich habe mir manchmal gedacht, so ja, also so die ersten paar Wochen hätte ich auch gern mal so, um hier mal aus dem dreistelligen Kilo-Bereich rauszukommen. Aber hat sich das wirklich so dramatisch angefühlt, wie es beschrieben wird? Naja, es wird halt mit der Zeit fühlt sich schon immer dramatischer an. Im Prinzip auch, wenn man halt, wenn dann halt irgendwie seine Ausfallerscheinungen beschrieben werden, wie ihm der Arzt irgendwie empfiehlt, nimm mal hier wenigstens noch, oder nee, war das Ginelli vielleicht auch, der ihm halt sagt so, hier, du solltest dies und das und jenes zu dir nehmen, irgendwie Magnesium, glaube ich, war es, damit du, damit deine Nieren nicht kollabieren und bla. Und anhand sowas fand ich das schon ziemlich deutlich. Ja, aber also ich, während dem Lesen, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich wurde immer wieder rausgerissen, weil ich Deutsch lese. Also einerseits fliege ich einfach dran vorbei, aber ich werde immer rausgerissen, wenn ich lese, die Tochter geht zu so und so Junior High School. Dann denke ich mir, wissen alle, dass das so Realschule, also so siebte bis, das ist sechste bis neunte Klasse, glaube ich, oder siebte bis neunte Klasse oder so, wissen das alle sofort? Also weiß man dann, ah, sie ist 13, zum Beispiel. Wie wenn man sagt, sie kam gerade auf ein Gymnasium oder sie kam gerade auf die Realschule. Das ist einfach solche kleinen Dinge in der Übersetzung. Er macht einen Witz über sich selber, zum Beispiel, und erwähnt Don Rickles. Und ich habe meine einzige Live-Show für Amerika, meine einzige Live-Show, die ich jemals machen werde, auf Deutsch oder überhaupt, war Nürnberg und das war über Don Rickles. Das ist, wenn ich mir überlege, was ist amerikanische Kultur, Punkt, in einem Thema, dann muss ich über Don Rickles sprechen. Und ihr denkt euch gerade wahrscheinlich, wer ist Don Rickles? Ich kenne das halt nur über dich, aber ansonsten. Ja, und dann ein paar Sätze weiter war Mr. Rogers, so entschuldige, zu Heidi, so entschuldige, mach, oder Heidi zu ihm, so, du bist so, wie du sein sollst, oder ich mag dich genauso, wie du bist. Und sie sagt sogar, das ist Mr. Rogers oder, you know, denk dran, was Mr. Rogers sagt, irgend sowas sagt sie. Und mich so, wissen alle, also ich habe da auch eine Folge draus gemacht, weil es ist so einfach amerikanisch. Aber da gibt es so viele, da gibt es einfach, wenn man über Football spricht oder sowieso, wenn alles, ich hätte einfach so natürlich auf Kilo jedes Mal übersetzt, also übersetzt, was auch immer, umgerechnet. Weil es einfach ablenkt, finde ich. Okay, die Geschichte findet in Amerika statt, zugegeben, aber Grundwissen, wenn Grundwissen nicht da ist, weil ich kenne das selber als jemand, der auf Deutsch über Amerika spricht und ich übersetze Dinge oder ich erkläre ein paar Dinge und ich weiß, es ist, wenn man sagt, okay, ich übersetze dieses King-Buch wortwörtlich, dann hat man nicht so viel Freiheit, aber wie kommt ihr da, ist das so häufig für euch, wo ihr einfach oder ignoriert ihr das mittlerweile so, oh, Don Rickles und liest einfach das nächste Satz oder ist da genug Kontext, so Inhalt, wo ihr irgendwie, oh, Don Rickles muss ein beleidigender Komiker sein, also, oder Mr. Rogers ist eine Kindershow oder wie ist das für euch? Also, Junior High School, wisst ihr alle, weißt du, was ein Junior High School ist? Zum Beispiel? Kann man sich, oder? Nö, aber das sind halt einfach so Dinge, da lese ich drüber hinweg beziehungsweise höre ich drüber hinweg, weil ich habe es jetzt ja auch als Hörbuch gehört, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, du nimmst manche Sachen eh nicht so detailliert wahr und dann, ähm, ansonsten, ja, ich habe es auf dem Kindle gelesen, da hätte ich wahrscheinlich sogar drauf tappen können und mir eine Beschreibung angucken können, wenn ich das unbedingt hätte wissen wollen, aber für mich war das alles, also diese ganzen Anspielungen erschienen mir nicht so mega wichtig. Ja, das, nur gleich, Moment, das ging mir auch genauso, ähm, bei mir war halt nur der Witz, also dass die Tochter noch sehr, 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 sehr jung ist, das ist mir zum Beispiel sehr aufgestoßen und sehr aufgefallen, ähm, aber diese ganzen Anspielungen, ich glaube, man begreift beim Lesen, dass es eine Anspielung sein soll, aber man muss da nicht den Kontext unbedingt erforschen, um das genießen zu können. Das sehe ich ziemlich ähnlich, ähm, ich glaube sogar, mir fällt es eher auf, weil man versucht, das irgendwie einzudeutschen und schlecht übersetzt. Ja. Ich habe vor kurzem, äh, eine Serie aus den 80ern geguckt und habe irgendwann gedacht, das stimmt doch was nicht bei der Übersetzung und habe dann, äh, zurückgespult, habe auf Englisch geguckt, diese Szene und da hatten sie tatsächlich College mit Internat übersetzt. Ah, Und es hat überhaupt keinen Sinn ergeben in der ganzen, äh, Also, lieber sowas, nicht keiner nachgucken, als, ähm, als wenn sie wirklich versuchen, schlecht einzudeutschen. Ja, okay, auf der anderen Seite, äh, was ich noch dazu sagen wollte, ist halt im Prinzip, das ist halt der Unterschied zwischen einer Übersetzung und einer Übertragung oder, ähm, äh, einer Nationalisierung oder, ähm, ja, Ja. Nicht Nationalisierung, das heißt anders, das Wort, was ich gerade sagen wollte, aber naja. Localization. Aber sowas wie Tolkien oder Harry Potter sind ja wundervoll, aber die finden ja auch nicht in der USA statt, sondern in Fantasieland oder, genau, und deswegen ist es vielleicht ein bisschen, wenn die sagen, oh, das Dairy Queen on Main Street und wenn man das einfach nicht übersetzt, ähm, ja, keine Ahnung, ja, aber, ja, ich find's einfach eine faszinierende Frage, also ich hab so Don Rickles in ein deutsch übersetztes Buch, so, hä, ja, Ja, du müsstest halt auch immer erst mal das passende Analogon finden, weil, äh, Mario Barth gab's damals noch nicht. Und es kommt auf der Zeit drauf an, äh, you know, vorhin 80er-Serie erwähnt, da kann ich mir vorstellen, dass so bestimmte Begriffe in das A-Team oder Knight Rider oder irgend so was einfach es noch nicht so im Deutschen üblich war und dann in den 90er-Jahren vielleicht sagte dann jeder alle in Deutschland irgendein englisches Wort, das jeder kennt, College oder irgend so was und dann plötzlich braucht man kein Internat mehr, sondern lässt einfach das Original, ähm, aber das ist, ja, also ich find das ganz einfach interessant, das hat nichts mit King persönlich zu tun, aber, ähm, im letzten Buch auch, weil ich hab, ich hab, ich konnte das auf Englisch und Deutsch lesen und da hab ich, bin ich ab und zu mal, ah, wie war eigentlich das Original und ich fand das Ganze einfach interessant, ja, aber, ja. Ähm, ihr merkt schon, wir gehen ja in dem Buch nicht so richtig Szene für Szene durch, weil dafür, glaub ich, einfach wirklich zu wenig passiert. Aber eine Frage, die wir noch gern wissen, ist, glaub ich, für mich, ist das wirklich ein Fluch im Sinne von, es ist übernatürliches Gedöns oder glaubt ihr, das ist wirklich so ein Autosuggestionsding, wie ja auch Genele schon mal andeutet? Also ich finde, wenn man sich, äh, nur durch Einreden so abnehmen kann, dann hätten wir alle unsere Traumfigur. also ich denke schon, dass es ein Fluch ist. Denke ich auch. Vor allem auch, wenn man noch die beiden anderen Verfluchten sich ansieht, weil sowas kann man sich nicht einreden. Und die Reaktion der anderen, denke ich. Naja, ne, also dass das schon tatsächlich passiert in irgendeiner Form. Das ist klar. Aber die Frage ist halt, ist das so ein psychosomatisches Ding, dass die körperlichen Veränderungen durch die Psyche ausgelöst werden oder ist es wirklich was Übernatürliches? Also, weil ich glaube, sie bemerken es ja gar nicht. Sie werden ja aus, also so wirklich so, der muss sich ja erinnern, ach, so hat er dich angefasst und dann denkt er drüber, erinnert sich so. Ich glaube, ähm, das wäre denen, weil das sind so böse Typen oder einfach so, das wäre denen einfach so egal, so ein Aroma herkommt und sie so anfasst. Ähm, so, you know, ich glaube, das war schon, also Bing hat das schon so als Fluch gemeint, äh, ist meine, also so habe ich das gelesen, glaube ich. Okay. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass er das quasi offen lässt, aber im Endeffekt, man merkt schon, es ist schon eher übernatürlich angelegt. Mhm. Ja, vor allem dann die Auflösung, äh, dieser, im Englischen hatte das Buch, hatte das Buch den Originaltitel Chipsy Pie, also Zigeunerkuchen. Das haben sie zum Glück geändert. Ja. Und ich habe bei dieser Auflösung wirklich die Augen verdreht, äh, es war schmerzhaft. Wie fandet ihr das? Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich mit der Auflösung gespoilt, indem ich irgendwie die an der falschen Stelle etwas zu früh, äh, ein bisschen in, äh, das King-Wiki dazu reingelesen habe, um dann festzustellen, so, oh Scheiße. Naja, erstens, ich konnte mich nicht sfeuern, weil ich eben damals schon den Film gekannt hatte und die Sache mit dem Kuchen, das Einzige war, was mir noch in Erinnerung blieb. Von daher wusste ich noch voll, worauf es hinausläuft. Aber, ja, ja. Äh, ich habe das Ganze nicht verstanden, weder in seiner Symbolik, noch in seiner Bedeutung, noch inhaltlich. Was ist die Moral der Geschichte? Ah, das ist so komisch, ja. Es gibt keine guten Menschen. Ich hätte irgendeine Auflösung, okay, aber warum ein Kuchen? Das war für mich so weit hergeholt. Ach, du, was das Transportvehikel für den Fluch ist, ist doch am Ende eigentlich wahrscheinlich egal. Es hätte wahrscheinlich auch ein Braten sein können, aber sowas haben die halt nicht da. War so das Anti-Romeo und Juliet, ähm, äh, so Gift nehmen. So, oh, er hat gemerkt, er hat die aus Versehen die Frau, äh, die Tochter umgebracht, dann, ähm, im Film bringt er, da ist noch ein ganz anderes Ding, was im Buch gar nicht ist und da bringt er noch, ähm, den Liebhaber von der Frau um oder so, sondern, äh, mit dem Kuchen. Äh, total, ja, also alle kommen irgendwie um am Schluss. Das mit dem Umbringen ist im Buch, kommt im Buch gar nicht so richtig raus, ob er am Ende, er und seine Tochter am Ende tatsächlich daran sterben oder, aber, ähm, das wird halt einfach schön offen gelassen. Okay. Ja, aber das finde ich schon relativ friedlich, dass das dann die beiden auch trifft. fand ich auch. Ja, er bildet sich das halt ein, aber ich finde das nicht so, dass das jetzt zwingend passieren muss. Ja, interessant wäre, was für Flüche jetzt auf die übergehen, ob die jetzt auch alle abnehmen oder ob was ganz Neues kommt, das finde ich ganz schön, dass das halt offen bleibt und man sich das überlegen kann. Ah, okay. Im Film war das alles geklärt und deswegen, ja, okay. Kannst du dir sagen, wie es im Film war? Ja, gerne. Ähm, ähm, er gibt dir der, der, der Heidi, ähm, so seine Frau ein Stück Kuchen oder sie isst das noch, bevor sie zu Bett geht und dann am Morgen wacht er auf und das ist so kitschig, so B-Movie-Zombie und er wacht auf und so, Honey, Honey, Heidi und dann dreht er sie um und sie ist halt so eine zerfressene Zombie, so skelett, also eklig, eklig und dann guckt er, das ist so richtig unangenehm, wie er einfach so hautnah an ihr dran ist und so, oh, jetzt weißt du, wie mein Gewichtverlust ist oder irgend so eine, so einen kitschigen Satz mit, mit großen Lächeln, also total Psychopath in dem Moment, Billy und dann geht er runter und dann sieht er zwei Teller und dann kommt die Tochter und nimmt nochmal so von dem Kuchen und so so, das war lecker und danke, Dad und dann kommt der Liebhaber von Heidi, also macht er noch die Tür auf, also will gerade von dem Kuchen selber essen und dann grinst er noch einmal richtig schön fett in die Kamera, während er die Tür hinter dem Liebhaber zumacht und sagt, hey, ich habe eine Frühstückstorte oder sowas. Ja, total kitschig einfach ist schon das richtige Wort, irgendwie so, ja, aber fast lustig, fast eine Komödie, also so nichts von wegen Horror oder, sondern so einfach eine satisfying, ähm, ähm, befriedigende, ähm, you know, Auflösung von wegen alle, alle sterben, wenn schon die Tochter, dann zumindest alle, auch der, der Arzt, der irgendwie mit der Frau rummacht, ähm, aber ja, wie gesagt, schrecklicher Film, aber so kam das halt rüber im Film, ja. Aber bevor wir auf das richtige offizielle Ende mit dem Kuchen zugehen, dann haben wir ja noch den großen Showdown zwischen Ginelli und dem, ja, den, den Roma und da muss ich sagen, das fand ich ganz unterhaltsam, das war eigentlich das einzige unterhaltsame Stück in dem ganzen Buch. Ja, auf jeden Fall das unterhaltsamste. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich habe, ich habe im Buch, ich habe beim Lesen drauf gewartet, weil ich den Film kannte und ich wollte genau die Szene, auf der Szene habe ich gewartet, wo der, ähm, Tadus oder wie der heißt, seine Hand ans Gesicht legt und thinner oder dünner oder was auch immer sagt. Ähm, und das war dann, das kam mir dann wieder, also als ich das gelesen habe, habe ich mich gefreut. Ähm, aber das stimmt. Ich glaube, im Buch und im Film, so das, das, das spannendste Teil war auf jeden Fall Ginelli. Ja. Gut, hab denn generell zum Inhalt erstmal noch irgendwas zu sagen, sonst würde ich erstmal kurz auf die Symbolik nochmal. Gerne. Gut, was mir hier am meisten aufgefallen ist, wie gesagt, über die Sache, die Symbolik mit den Flüchen haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen, aber was mir hier ganz, ganz gewaltig aufgefallen ist, ähm, es gibt einen Traum und jetzt zitiere ich mal ganz kurz, deswegen nicht wundern, äh, hier verwende ich wieder die Begriffe, wie sie im Buch stehen. Der Zigeuner hatte sich in einen riesigen Vogel verwandelt, in einen Geier mit verfaulendem Schnabel. Er zog seine Kreise über Fairview und ließ grobkörnigen, aschgrauen Staub wie Schornsteinruß über die Stadt fallen, der unter seinen dunklen Schwingen hervorzukommen schien. Und da muss ich euch fragen, ich hatte da so eine Auschwitz-Assoziation. Und das ist ja nun durchaus im Anbetracht der, der ethnischen Gruppe, der diese Leute angehören und die ja auch entsprechend verfolgt worden ist, glaube ich, nicht ganz allzu fern hergeholt. Ging das euch auch so oder habe ich da wieder überinterpretiert? Ich glaube, ich habe die Traumszene einfach, äh, nicht so für voll genommen, dass ich richtig drauf geachtet hätte. Ja, ich habe da auch drüber hinweg gehört, glaube ich. Es geht mir auch so, aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich, dass du es nicht überinterpretierst. Ja, genau. Und Flo, ganz kurze Frage, hast du in dieser Szene mit diesem riesigen Vogel dasselbe gelesen wie ich, nämlich es? Nein. Gut, dann werden wir das sehen, wenn du es das nächste Mal liest. Dauert ja nicht mehr lange. Ansonsten, ähm, dieses Symbol des Adlers beziehungsweise Geiers steht einerseits für Hereinbrechung das Unglück und andererseits auch für Wiedergeburt. Und da kommen wir wieder an diese ganze Kuchen-Thematik, denn da wird auch im Buch irgendwann so erwähnt, dass das eben so ein Anhauch von Gebärmutter und Lebendigkeit und Geburt hat und so weiter. Ich würde euch die Symbolik gerne erklären, aber ich verstehe sie selber nicht. Aber auf jeden Fall hat das irgendwas mit Fluch als Kind und Wiedergeburt und Gedöns zu tun. Ja, so wird es ja auch im Buch ein bisschen beschrieben, aber es ist halt auch völlig, also so überdreht. Und als letztes, ja, Torsten, erzähl. Könnte man überhaupt dieses Buch heute so schreiben? Nicht einmal wird das Wort Roma erwähnt, sondern die heißen immer Zigeuner oder im Englischen Gypsy und 1985 auf jeden Fall. Also ohne diese Roma und Sinterorganisationen in Deutschland gibt es erst seit den 80er, 90er oder Neujahr. Und ja, so ich glaube, ich meine, das ist so eine, in Tschechien zum Beispiel werden die immer noch nicht unterdrückt, das ist nicht das richtige Wort, aber es gibt sehr viel Rassismus gegen Roma, systematisches Rassismus wirklich. Und das also deswegen, das passiert auch in der EU, Rumänien, Frankreich, ist ja egal. Überall gibt es rassistische Ausgriffe für, also in Irland, die haben ja einen eigenen Slang Term für Roma und wie sie beschrieben werden, dass sie so Karnival machen, so Zirkus-Zigeuner sozusagen, kann man, ich meine, könnte man das, kann man sie überhaupt so mit der zerfallenden Nase und wie eklig sie aussehen oder zumindest der alte Mann, kann man das überhaupt. Und die Weiber sind natürlich alles Nutten und so weiter und so fort. Ja, mit Schürzen und, ja, ja, mit, mit, what? Skirts, Schürze stimmt schon, glaube ich. Ja, ja, kann man das überhaupt, nee, das, also Frage an euch, was meint ihr? Man könnte es immer noch so schreiben, es wäre dann aber wahrscheinlich noch mehr zu Hause, als es jetzt schon wird. Und das zurecht. noch unsympathischer für das Ganze irgendwie, also. Ja, also heute würden dann, glaube ich, keine 280.000 Exemplare mehr direkt verkauft werden. Das Buch hat ja nicht nur damit ein Problem, also das Buch hat ja auch sonst noch ein paar rassistische Ausfälle. Man könnte es heute wahrscheinlich noch so schreiben, aber das würde einen Aufschrei mit sich bringen. Das denke ich auch. Ja. Andererseits muss ich an der Stelle vielleicht ein bisschen als der Anwalt dieses Buches auftreten, obwohl mir nichts wehrtut. Aber ihr könnt euch ja erinnern, dass ich mich bei der Puppenhaus-Folge im Sommer schon fürchterlich aufgeregt habe, wie sexistisch und wie dämlich dieses Buch ist. Aber dass es gleichzeitig so dumm ist und einem so ins Gesicht schlägt, dass das wahrscheinlich auch der größte Macho-Arsch begreifen muss, dass das eine Satire ist. Und ich glaube, das wäre in diesem Buch eigentlich genauso. Denn diese ganzen Stereotype und diese ganzen Vorteile und dieser ganze Dreck wird einem so deutlich ins Gesicht gehauen. Und eben gerade in Kombination mit dieser soziologischen Komponente, dass eben Taddeus sehr deutlich macht. Ja, wir werben hier nur vertrieben, damit ihr euch toll fühlen könnt und so. Ähm, da muss ich schon wieder sagen, ich glaube, das könnte schon wieder funktionieren und wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich habe das auch mehr als eine kritische Betrachtung der Zustände gesehen, als, äh, ja quasi als, äh, genau, als das King sich quasi dessen zu eigen macht. Sondern er hat beschrieben, okay, hier, so wird mit den Roma umgegangen und das ist nicht gut so. Ja, also auf jeden Fall muss man es als Kind seiner Zeit lesen. Also es ist, äh, es spielt ja quasi noch in den 70ern und es ist einfach auch, äh, eine Zeit, wo dieser Alltagsrassismus, dieser sogenannte Alltagsrassismus noch viel stärker in den Köpfen ist und noch viel weniger, ähm, die Leute Bewusstsein dafür haben, dass das das ist. Genau. Und als letztes habe ich hier noch bei der Symbolik nur eins aufgeschrieben, denn Heidi trägt ja einen gelben Slip, der auch zum Verhängnis wird. Und auch da habe ich wieder diese, diese Assoziation, denn gelb und ist halt die Farbe spezifischer, diskriminierter Gruppen, wird aber gleichzeitig mit Neid, Egoismus, Verlogenheit assoziiert, womit wir wieder diese Thematik mit Heidi haben, aber eben gleichzeitig auch wieder mit Fruchtbarkeit. Das war eigentlich auch alles, was ich zur Symbolik hätte. Hm, ja. Dann würde ich sagen, Travis, jetzt ist ein guter Zeit und um dich ein bisschen so weit dein Herz begehrt, nochmal über den Film auszukotzen. Denn wir reden über die Verwertungen. Und Flo, kannst du ganz kurz uns erstmal, bevor Travis sich aufregt, einen Überblick geben über die Verwertungen? Es gibt zum Glück tatsächlich nur den Film von 1997. Er heißt Thinner, auch auf Deutsch Thinner, der Fluch. Regie Tom Holland. Wir haben schon gesagt, Joe Montaigne hat da den Genelli gespielt. Der hat im englischen Original auch das Hörbuch gesprochen. Diesmal eins der... Oh, cool. Eins der ganz wenigen Fälle, wo das Hörbuch leicht gekürzt war. Normalerweise sind gerade die englischen ja immer umgekürzt. Ja, Stephen King hatte in dem Film auch wieder einen Cameo-Auftritt als Apotheker Mr. Bangor, was natürlich auch wieder passend ist. Was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich hatte es geguckt. Ich habe es vor zwei Tagen nochmal geguckt. Also ich habe es gerade von YouTube ausgeliehen. und ja, Wahnsinn. Genau, es gibt ein deutsches Hörbuch, das übliche und ja, sonst keine weiteren Verwertungen. Okay. Ja, was soll ich noch im Film sagen? Ich rede ja schon die ganze Zeit darüber. Also wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe von dem Film auch echt nicht mehr viel in Erinnerung. Aber gerade diese Endsequenz, die weiß ich noch. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass die Szene, als das, die Urenkelin von Thaddeus den Genele mit der Steinschleuder die Hand durchführt. Ich glaube, die war auch im Film drin. An die kann ich mich auch noch erinnern. Ja, hier und da war schon ein bisschen Blut und keine Ahnung was drin. Ja, genau. Sonst, ich glaube, es ist einfach so ein schlechter Film. Das Ding ist, also ich habe es genossen. Jetzt beim zweiten Mal nochmal. Und ich glaube, das ist einfach, also ich kann, man hat es mir halt schon gesagt, ich gucke liebend gerne, wenn ich mal ein Wochenende habe, habe ich jetzt seit Jahrzehnten nicht gemacht, aber die achtstündige The Stand oder die sechsstündige It, die sind alles ein bisschen schwer zu gucken, aber ich mag, ich stricke nebenbei, ich stricke jetzt im Moment gerade. Und irgendwie ist das Ganze einfach, wenn es so im Hintergrund läuft oder wenn ich das, das ist, weil es ist so kitschig, es ist einfach so schlecht, dass es gut ist. Nicht alle Filme, manche Filme sind nur schlecht, aber weil Stephen King ist, weil es so weird ist, es ist einfach so, der Gute ist schlecht und alles ist ein bisschen komisch gemacht und die Roma sind komplett übertrieben. Alles ist komplett übertrieben. Ein 80er-Film in den 90er-Jahren. Ich persönlich finde sowas hervorragend. Ich kann den Film nicht empfehlen. Ich würde nicht raten, dass man den guckt. Ich finde es pure Zeitverschwendung. Ich werde es irgendwann mal in ein, zwei Jahrzehnte ein drittes Mal gucken, auf jeden Fall. Da können wir dir nur, wenn du auf komische Filme stehst, nur empfehlen, in unsere Adventskalenderfolgen reinzuhören und auch in unsere Spezialfolge zu Creepshow. Ja, ja, cool. Ja, ja. Ich habe vielleicht einen eigenen Geschmack, aber ich kann schon erkennen, oh, das ist so kitschig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz noch die Querverbindungen, denn da habe ich Kunden ein Zitat. Auf diese Welt, auf diese Art geht die Welt unter, dachte er dümmlich. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Dünner. Und das ist natürlich eine recht direkte Anlehnung an T.S. Eliot mit The Wastelands. Ansonsten, und da haben wir hier lieber den Gag, es ist halt ein Bachmann-Buch, aber es fällt der Satz. Sie haben vorhin ein bisschen geklungen wie ein Roman von Stephen King, aber so ist es nicht. Das wäre übrigens mein Zitat gewesen. Ich bitte um Verzeihung. Und als letztes, hast du das vielleicht auch mit Ginelli? Ja, Ginelli kommt im dunklen Turm in Tod vor und auch in The Plant, wobei The Plant ein nur zum Teil veröffentlichtes, ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob wir das besprechen. Außerdem gibt es noch eine Verbindung zu der Nachtflieger, zumindest eine grobe. Da steht nämlich in einer Zeile dieser Zeitschrift, die es da gibt, The Ultimate Killer Died Gypsy Cursed Flays Flat Lawyers Flesh Ich habe auch noch eine vermutlich sehr lose Verbindung zu Talisman. Und zwar hat Wolf da ja immer so eine Oshkosch-Latzhose getragen. und die trägt auch einer der Roma. Okay, ja. Travis, da kannst du uns sicherlich helfen. Ist das so ein Ding bei euch? Ich habe eine, aber ich bin auch kompletter Redneck. Also das ist nicht, man sollte nicht einfach auf der Straße mit Oshkosch, Oshkosch ist eine Stadt in Wisconsin, glaube ich, so in der Mitte nördlich. und das ist auf jeden Fall, so in den frühen 90er trugen das für ein paar Jahre Rapper und so. So mit einem Ding offen, also das ist so, heißt das Latzhose? Ja, keine Ahnung. Overalls oder, aber die Werbung kann ich mich erinnern, es war Oshkosch, Begasch, like Beigash, ja, was auch immer. Aber genau, ich habe immer noch die, ich habe immer noch eine und die ist so weiß, weiß, blau gestreift und ich hatte auch eine als so drei- oder vierjähriger. Also ich, ich habe so Fotos, wo ich so eine Ahn habe, also so ganz, ganz kleines Kind und ich habe genau die gleiche im Schrank und es ist tatsächlich ein Ding. Allerdings würde ich nicht jetzt zum Kippen kaufen das Ding anziehen, sondern, ja, aber es ist tatsächlich, man sieht es, so Bauern tragen es, wenn man wirklich so aufs Land geht, dann sieht man das schon. Es ist auf jeden Fall ein Teil amerikanischer Kultur, ja. Ja, ich hatte da mal nachgeguckt, also die Firma hat wohl die Latzhose für Kinder erfunden, mehr oder weniger. So mehr oder weniger auf jeden Fall. Jetzt gibt es die auch für Erwachsene, aber, oder gab es auch schon immer, aber genau, das Kindergröße, das war, und das ist natürlich so niedlich und deswegen, meine Mutter hat natürlich ein paar gekauft für mich und meinen Bruder und als Erwachsener bin ich mal in einen Arschkarsch-Laden rein, also das gibt es und, ja genau, also immer noch von Baby bis Erwachsen. Okay. Ja. Wie sieht es denn aus, Torvis, hast du noch Zitate aus diesem Buch? Tatsächlich, ich habe ein paar, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze habe, let's see, aber ich will mal die, die, die zwei erwähnen von, ähm, eins war, er, er redet über, er sagt irgendwas über seine, über, äh, Oberschenkel, seine Beine und dann denkt er sich, haha, welche Teile denn, meldete sich ein kleiner, nicht gerade komischer Don Rickles in seinem Kopf, Don Rickles ist natürlich, also Don Rickles ist von den 50er Jahre bis, ähm, äh, 2014, glaube ich, 2013, 2014, konnte man den in Las Vegas live sehen, also 60 Jahre, irgend sowas hat der, mehr als 60 Jahre hat der live, äh, hat nie eine Pause gemacht, sein ganzes Leben lang, von Leuten mit Frank Sinatra und John F. Kennedy und, äh, die ganzen, äh, super, super Stars aus der 60er bis, ähm, bis heute, also der ist, der ist in Toy Story, er ist der, äh, Kartoffel, Mr. Potato Head in Toy Story zum Beispiel, ähm, und dann, was ist jetzt das, oh, Heidi sagt zu ihm, entschuldige bitte, mach du nur weiter und nimm ab, aber solltest du es nicht tun, denk daran, was Mr. Rogers sagt, ähm, ich mag dich genauso, wie du bist. Okay. Ja, Mr. Rogers ist, äh, auch, wegen Mr. Rogers haben wir Videokassetten, er ist zum Kongress hin und hat und war dafür, dass sich, dass man, äh, Kindershows aufnehmen darf, dass man das aufnehmen auf Videokassetten aufnehmen darf. Davor, das war so, war das jetzt Piracy, sollte man das verbieten und dank Mr. Rogers durfte man in der USA, äh, Videorekorder, ähm, verkaufen. Damals, also 70er, oder früher 80er oder so, wann auch immer das war. Ja, Wahnsinn. TJ, hast du auch Zitate für uns? Äh, also die Zitate, die ich hätte bringen, habe ich mir schon gebracht und ich müsste sie jetzt auch, also ich hatte noch irgendwie mir das, den Brief, den Billy an seine Frau tippt, naja, den rausgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was ich davon eigentlich vorlesen wollte, weil ich den irgendwie komplett markiert habe. Okay. Und dafür ist ja, das ist zu lang. Jonas, hast du welche? Ich habe diesmal keine. Okay, dann habe ich noch, eindeutige Tatsachen sind immer Verhandlungssache. Das lernte man schnell im Anwaltsberuf. Außerdem, ich glaube, was ich sehe. Aus dem Grund bin ich ein relativ reicher Mann. Vor allem aber bin ich deshalb auch ein lebendiger Mann. Die meisten Menschen glauben einfach nicht, was sie sehen. Und als letztes, und das fand ich sehr schön, Das war Ginelli, oder? Ja, das war Ginelli, genau. Genau, das macht, irgendwie ist der Kontext, glaube ich, wichtig, wer das sagt. Und als letztes, ich muss sie darauf hinweisen, dass sie im Augenblick bis zur Hüfte in der Scheiße stecken und das Scheiße immer tiefer wird. Und ich nehme nicht an, dass sie schwimmen können. Auch schön. Ja. Gut. Ich habe übrigens noch einen Querverweis. Mhm. Ich hatte ihn extra hier hingelegt und jetzt doch vergessen. Im November 2018 erschien Stephen King Erhebung, die neue Novelle. Und da geht es so um einen Mann, der immer leichter wird. Er wird nicht schlanker oder so, aber er wird immer leichter. Gut. Wenn ihr jetzt keine Ergänzungen mehr in dem Sinne habt, würde ich euch um eure Bewertungen bitten. Und da würde ich mit DJ anfangen. Wie gesagt, wir bewerben von 0 bis 19. Ja, ja, ich weiß. Also, mein erstes Buch, was ich mit euch besprochen habe oder diese Kurzgeschichte, hat von mir, glaube ich, eine 2 oder eine 3 bekommen. Ich fand den Fluch auf jeden Fall ansprechender und es hat mich mehr unterhalten und weniger geekelt. Deswegen gebe ich dem Ganzen, glaube ich, eine 7. Okay. Kravis? Ich glaube, oh, ich will jetzt nicht fies sein. Ich glaube, ich gebe 7. 7 ist vielleicht okay. Ich finde, es ist von allen King-Büchern, also die ganz, die aller dümmsten oder langweiligsten Kurzgeschichten, die ich mal gelesen habe, habe ich alle schon verdrängt. Aber sonst ist es so, das ist eine Story, die es, es ist fast, es gibt keine dünnere, selbst Kurzgeschichten haben teilweise mehr Inhalt. Das Wehrwolf von was auch immer war, war, glaube ich, war mehr dahinter, obwohl es viel kürzer war. aber doch, doch amüsant, also es war eine Freude zu lesen, aus kitschigen Gründen, aber nicht aus hochkünstlerischen Gründen und deswegen wäre wahrscheinlich eine 7. Ich weiß nicht, ist das noch nett? Was ist eine 7? Also ich bewerte auf jeden Fall schlechter. Ich finde auch, also weil ich eben nochmal drüber nachgedacht habe, ja, die Geschichte hat irgendwie zwar ungefähr 10 mal so viele Seiten wie die Confessions of Becker-Porsen, aber vielleicht höchstens doppelt so viel Inhalt. Ja, okay. Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Ich gebe mehr Punkte, aber auch nur wegen Ginelli, weil den fand ich echt toll und ich fand es sehr schade, dass er gestorben ist, aber trotzdem gebe ich 10 Punkte. Okay. Okay. Ich habe mal geguckt, wo ich so den anderen Bachmann-Büchern gegeben habe und habe geguckt, wo ich das so einordnen würde. Ich glaube, ich sehe das Buch so etwa auf einem Level mit Amok, also es ist nicht so schlimm wie Sprengstoff, da habe ich damals, glaube ich, 0 Punkte gegeben, aber ich kann halt auch nicht wirklich viel geben, 4 Punkte mehr kann ich mich nicht durchringen. Ja, jetzt ist die Ordnung des Universums wieder hergestellt. Ich gebe 5 Punkte, bin damit also relativ nah an Flo dran. Ich fand es, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie Sprengstoff. Andererseits habe ich hier wieder das Problem, bei Sprengstoff war wenigstens der Versuch einer Charakterentwicklung da. Der ist gescheitert, aber er war da und hier ist das komplett gar nicht so. Es ist halt ein vollkommen irrelevantes Buch, aber es ist auch gleichzeitig wieder so irrelevant, dass ich mich nicht mal ernsthaft drüber auslassen und ernsthaft drauf rumhassen kann. Also denke ich mal, 5 Punkte sind schon ganz okay. Ich finde, es war ein Experiment, es war ein Risiko und deswegen ist sowas fair. Ich glaube, mehr kann King selber nicht erwarten, finde ich. gut, dann würde ich sagen, klären wir noch ein ganz kleines bisschen die Hausmeisterei, denn mit der Folge ist, glaube ich, eigentlich alles gesagt, was es zu diesem Buch zu sagen gibt, oder? Ja, so wenn wir über Roma sprechen wollen, also so als eigenes Thema. Da haben wir, glaube ich, alle zu wenig Ahnung. Und ich glaube, sie sind einfach so unrealistisch dargestellt, so oberflächlich irgendwie. Da sind keine richtigen Roma in dem Buch. Gut, dann würde ich sagen, ganz kurz zur Hausmeisterei. Wie gesagt, wir haben jetzt ein neues Jahr gestartet. Ihr könnt auch in diesem Jahr wieder bei uns mitmachen, wenn ihr das gerne möchtet. Wir haben noch einige Kurzgeschichten, aber auch ein paar Romane für euch frei. Weitergehen wird es jetzt erstmal für längere Zeit mit dem Kurzgeschichten-Sammelband Blut. Da haben wir schon alle Leute Folgi mitmachen wollen, aber wie gesagt, ihr könnt noch bei einigen anderen Geschichten mitmachen. Wenn ihr das wollt, schaut doch einfach mal auf unsere Leseliste und kontaktiert uns über die üblichen Kanäle. Oh ja, ich muss jetzt mal anfangen zu lesen. Gut, ansonsten gibt es, glaube ich, unsererseits nichts zu weitersagen. Wir sind sehr froh darum, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr auch dieses Jahr mit uns bestreiten wollt. Es kommen ein paar gute Sachen, es kommt demnächst es, es kommen die Augen, mit dem Drachen und so weiter und so fort. Blut ist auch nicht ganz verkehrt. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns die Treue haltet und weiterhin bei uns ab und zu mal reinhört. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei Travis. Es war schön, dass du da warst. Ja, danke nochmals. Ich bedanke mich ganz herzlich beim TJ. Es war auch sehr schön, dass du da warst. Schöne Grüße aus München. Tschüss. Und ich bedanke mich natürlich auch dem Flo. Schön, dass du da warst, Dela. Und ich bedanke mich selbstverständlich auch beim Jonas. Immer wieder gerne. Und ich freue mich über jedes Mal, dass wir zusammen podcasten. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen, macht keinen Unsinn und wir hören uns dann zu den Folgen zu Blut wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.